Schönen guten Morgen, die Downtime geht gleich los. Noch ein paar Minütchen für den Patch 30.30. Der steht an, um 10 Uhr soll er kommen. Das Matchbaking funktioniert hier schon nicht mehr. Versucht man ein Spiel zu starten, kommt der Fehler hier. Also ein Spiel ist nicht mehr möglich. Was soll reinkommen? Es soll jetzt ein bisschen was reinkommen zur Rocket Racing. Das ist die neue Season, die startet. Da soll wohl auch das Bossauto von der Maschinistin und von Scar reinkommen. Ich weiß nicht, ob als Bezahlmodell im iTuneshop oder ob man das erspielen muss im Rocket Racing. Ob das eine Belohnung sein wird. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber ich bin drauf gespannt. Ich bin scharf drauf. Ich finde den Wagen super. Es macht toll, richtig viel Spaß. Der sieht toll aus und es macht richtig viel Spaß, den zu fahren. Ja, ich denke, es gibt noch eine Adidas-Kollaboration. Die ist angekündigt. Da gibt es wohl denn demnächst Adidas-Skins. Ja, mal gucken. Und ja, der Tesla-Wagen, der kommt auch rein. Der ist auch angekündigt worden. Schon im Teaser habe ich auch schon veröffentlicht. Der kam von Fortnite rein und Fischstäbchen hat den Wagen schon mal Test gefahren. Das wird wohl die Zukunft sein. Ist Geschmackssache wahrscheinlich. Ich bin gespannt, wie es dann gleich weitergeht. Nach 10 Uhr, wie groß die Patches sind, wie lange das dauert, bis das System wieder online ist. Ich wünsche uns allen toi toi toi. Epic auch. Bis dann. Ciao. Ciao.